Teil 1 Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel Ach, Verzeihung, wo finde ich einen Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im zweiten Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. Zweiter Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Ach, Verzeihung, wo finde ich einen Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im zweiten Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. Zweiter Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Weißt du, wo es hier Kleidung für Kinder gibt? Oh, das weiß ich auch nicht. Aber sehen wir einmal auf die Information. Kinderspielzeug gibt es im vierten Stock. Damenkleidung im ersten. Hier, im zweiten Stock findest du Kinderkleidung. Weißt du, wo es hier Kleidung für Kinder gibt? Oh, das weiß ich auch nicht. Aber sehen wir einmal auf die Information. Kinderspielzeug gibt es im vierten Stock. Damenkleidung im ersten. Hier, im zweiten Stock findest du Kinderkleidung. Okay. Nummer 2 Hier, bitte, die Speisekarte. Ich kann heute den Fisch empfehlen. Nein, danke. Ich mag keinen Fisch. Dann vielleicht Hähnchen mit Pommes frites oder unseren Chefsalat mit Ei und Schinken? Salat ist eine gute Idee. Den bringen Sie mir bitte. Hier, bitte, die Speisekarte. Ich kann heute den Fisch empfehlen. Nein, danke. Ich mag keinen Fisch. Dann vielleicht Hähnchen mit Pommes frites oder unseren Chefsalat mit Ei und Schinken? Salat ist eine gute Idee. Den bringen Sie mir bitte. Gern. Aber das Museum schließt in einer halben Stunde. Ach, so früh schon? Ja. Am Mittwochnachmittag schließen wir schon um 15 Uhr. Aber an den anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet. Und am Donnerstag schließen wir erst um 22 Uhr. Bitte eine Eintrittskarte für Studenten. Bitte eine Eintrittskarte für Studenten. Gern. Aber das Museum schließt in einer halben Stunde. Ach, so früh schon? Ja. Am Mittwochnachmittag schließen wir schon um 15 Uhr. Aber an den anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet. Und am Donnerstag schließen wir erst um 22 Uhr. Nummer 4 Mein Arzt sagt, ich soll mehr Sport machen. Richtig. Komm in meinen Verein. Da kannst du Fußball spielen. Und am Wochenende laufe ich immer eine Stunde. Nein, für mich ist Radfahren das Beste, sagt mein Arzt. Laufen ist nichts für mich. Mein Arzt sagt, ich soll mehr Sport machen. Richtig. Komm in meinen Verein. Nein, da kannst du Fußball spielen. Und am Wochenende laufe ich immer eine Stunde. Nein, für mich ist Radfahren das Beste, sagt mein Arzt. Laufen ist nichts für mich. Nr. 5 Guten Tag, Frau Bauer. Machen Sie dieses Jahr wieder Urlaub am Meer oder bleiben Sie zu Hause? Nein, wir waren in den letzten Jahren immer am Meer. Dieses Jahr besuchen wir unsere Verwandten in Süddeutschland. Die freuen sich schon sehr. Und wohin fahren Sie? Guten Tag, Frau Bauer. Machen Sie dieses Jahr wieder Urlaub am Meer oder bleiben Sie zu Hause? Nein, wir waren in den letzten Jahren immer am Meer. Dieses Jahr besuchen wir unsere Verwandten in Süddeutschland. Die freuen sich schon sehr. Und wohin fahren Sie? Nein, wir waren in den letzten Jahren immer am Meer. Nummer 6 Du, Bruno, wie lange fliegst du von hier nach München? Nicht lange, nur 50 Minuten. Aber ich muss eine halbe Stunde vor dem Abflug im Flughafen sein. Und bis zum Flughafen brauche ich auch noch 45 Minuten. Dann geht es doch nicht so schnell. Du, Bruno, wie lange fliegst du von hier nach München? Nicht lange, nur 50 Minuten. Aber ich muss eine halbe Stunde vor dem Abflug im Flughafen sein. Und bis zum Flughafen brauche ich auch noch 45 Minuten. Dann geht es doch nicht so schnell. Teil 2 Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel Frau Kathrin Gundlach, angekommen aus Budapest, wird zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C gebeten. Frau Gundlach, bitte zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C. Nummer 7 Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen an Bord des ICE 987 nach Frankfurt. Eine wichtige Information. Am nächsten Bahnhof müssen wir kurz anhalten. Es gibt Probleme mit dem Bordcomputer. Bitte steigen Sie nicht aus. Wir fahren gleich weiter. Nummer 8 Achtung! Eine Durchsage für die Gäste des Flugs LH487 nach Rom. Bitte kommen Sie zu Ausgang B18 im ersten Stock. Der Ausgang A7 im zweiten Stock ist zurzeit besetzt. Ich wiederhole. Passagieren nach Rom, bitte Ausgang B18. Nummer 9 Liebe Urlauber, wir machen jetzt eine Pause von einer Stunde. Sie können einen Kaffee trinken oder das kleine Museum direkt am Meer besuchen. Aber bitte, um 14 Uhr fahren wir weiter. Bitte kommen Sie pünktlich zum Bus. Wir möchten nicht warten. Nummer 10 Liebe Kunden, das waren unsere Sonderangebote für heute. Und nun noch eine dringende Ansage. Der kleine Mario sucht seinen Vater. Kommen Sie bitte schnell zum Informationsschalter im ersten Stock. Mario wartet dort auf Sie. Teil 3 Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A B oder C Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11 Autohaus Meier Guten Tag Frau Krause Wir haben noch eine Frage zu der Reparatur von Ihrem Wagen. Bitte rufen Sie uns nach 13 Uhr wieder zurück. Heute sind wir bis 19 Uhr hier. Äh, nein, Entschuldigung. Heute ist ja schon Freitag. Dann heute nur bis 18 Uhr. Danke. Autohaus Meier Guten Tag Frau Krause Wir haben noch eine Frage zu der Reparatur von Ihrem Wagen. Bitte rufen Sie uns nach 13 Uhr wieder zurück. Heute sind wir bis 19 Uhr hier. Äh, nein, Entschuldigung. Heute ist ja schon Freitag. Dann heute nur bis 18 Uhr. Danke. Nummer 12 Hallo Irene, hier Nina. Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben. In Metropolis gibt es einen guten Film. Kommst du mit oder musst du lernen? Ruf mich bitte auf dem Handy an. Danke. Hallo Irene, hier Nina. Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben. Im Metropolis gibt es einen guten Film. Kommst du mit oder musst du lernen? Ruf mich bitte auf dem Handy an. Nummer 13 Sarah, ich bin's, Christoph. Du, ist mein Wörterbuch vielleicht bei dir? Auf dem kleinen Schrank mit den CDs? Bitte bring es gleich in den Kurs mit. Und ich gebe dir heute natürlich dein Buch zurück. Bis dann. Sarah, ich bin's, Christoph. Du, ist mein Wörterbuch vielleicht bei dir? Auf dem kleinen Schrank mit den CDs? Bitte bring es gleich in den Kurs mit. Und ich gebe dir heute natürlich dein Buch zurück. Bis dann. Nummer 14 Hallo Sabine, Maria hier. War total schön im Café gestern. Danke nochmal. Ich gehe gleich mit Julia ins Konzert. Und danach so um elf in die Disco Aladin. Wir treffen dich dort, okay? Hallo Sabine, Maria hier. War total schön im Café gestern. Danke nochmal. Ich gehe gleich mit Julia ins Konzert. Und danach so um elf in die Disco Aladin. Wir treffen dich dort, okay? Okay. Nummer 15 Guten Tag Frau Solms, Heinze hier. Morgen habe ich bis zwölf Uhr einen Termin. Aber nach der Mittagspause habe ich Zeit. Wollen wir uns um 13 Uhr treffen? Rufen Sie mich bitte bis 18 Uhr zurück. Guten Tag Frau Solms, Heinze hier. Morgen habe ich bis zwölf Uhr einen Termin. Aber nach der Mittagspause habe ich Zeit. Wollen wir uns um 13 Uhr treffen? Rufen Sie mich bitte bis 18 Uhr zurück. Ende des Tests hören. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15 auf den Antwortbogen. Bis dann. Wie kommen Sie auf jeden Fall? Mein Name ist von Montag. Wenn Sie sich auf jeden Fall fuhren, wenn wir es nicht. Sie sind nicht überlegen. So sucking ihr, Soll das haben wir heute. Ich bin 20 Uhr. Es bin 220. Ich bin 20 Uhr. Ich bin 20 Uhr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.